Ich erkläre die geltenden Ziffern der Physik, da kann man leicht mal einen Punkt verlieren, das ist unnötig und zwar eine ganz einfache Aufgabe, Weg ist 100 Meter, Zeit 14 Sekunden. Wenn man das eintippt, kommt raus im Taschenrechner 7,142857 Meter pro Sekunde irgendwas und wenn er sowas hinschreibt, gibt es wahrscheinlich Punktabzug, das heißt es muss gerundet werden. Und in dem ersten Fall habe ich 1, 2, das ist das Unsichere, also hier 1, 2, 3 Ziffern, hier nur 2 Ziffern, das Ganze muss also auf 2 Ziffern gerundet werden, also hier habe ich 7,1 Meter pro Sekunde, auch nur im Ergebnis 2 Ziffern. Da habe ich 1, 2, 3, 1, 2, 3, das Ungenaueste ist 3, das heißt hier kann ich 7,14 Meter pro Sekunde hinschreiben. Das erscheint jetzt lästig, willkürlich, ich erkläre aber warum das doch Sinn macht. Und wenn ich in der Physik 14 Sekunden angebe, dann ist es nur ungefähr 14 Sekunden, es könnten auch 13,5 sein, weil die gerundet 14 ergeben oder 14,49, weil die gerundet 14 ergeben. Oder wenn ich jetzt 14,0 habe, dann können es minimals 13,95 geben, weil die gerundet 14 geben und fast, es könnte auch 14,049 sein, weil es auch gerundet 14 ergeben. Also es ist ein Riesenunterschied, weil 14 Sekunden, also dieser Bereich, das ist handgestoppt, einfach Handy, Start, Stopp, dagegen 14,0, wenn das Zehntel klar ist, also wenn ich so genau habe, dann brauche ich eine Lichtschranke oder sowas. Und diese Information, handgestoppt oder Lichtschranke, interessiert uns Physiker total. Und deswegen, also man könnte es jetzt auch im Text hinschreiben, ja, aber deswegen hat man sich geeinigt auf 14 oder 14,0 oder 14,00. In Mathe ist 14 gleich 14, ja, also da gibt es keine Diskussion. Aber in der Physik macht es einen Unterschied, es ist Lichtschranke oder handgestoppt. So, jetzt ein bisschen üben, das hier sind, also das Erste, sind offensichtlich 1, 2, 3 geltende Ziffern. Aber hier sind sehr viele, also es ist 1, 2, 3, 4, 5 Ziffern, aber nur zwei davon sind geltend, ja. Weil die 0,0034 Kilometer sind ja 3,4 Meter. Das heißt, die drei Nuller davor geben nur die Dimension an, also wo befinden sich diese 3er, der 3er und der 4er. Und an der Stelle, das sind ganz klassisch, drei geltende Ziffern, 3,00 Kilometer, ja, also den kenne ich noch. Dagegen hier, das ist nur eine geltende, also das waren hier zwei, hier ist es nur eine, weil die zwei Nuller davor wieder nur angeben, wo das, also welche Dimension das hat. Sind es jetzt 500 Meter oder 50 Meter oder 5 Meter, aber nicht die Genauigkeit. Das sind wieder zwei geltende Ziffern und hier sind es auch zwei geltende Ziffern und zwar der 2er und der Nuller dahinter. Nicht die Nuller davor, also Nuller hinter der ersten echten Ziffer sind geltende Ziffern und Nuller vor der ersten echten Ziffer sind keine geltenden Ziffern, ja, also die sind nicht geltend. Ja, dann, wenn der Taschenrechner sowas liefert, ja, Taschenrechner und wir wollen auf zwei geltende Ziffern runden, sehr häufig, ist die erste Möglichkeit, die Gleitkomma darstellt. Zweite kommt gleich, erste, also, Gleitkomma, ich weiß, 10 Quadrat ist 100, 10 hoch 30.000 und so weiter. Und dann schreibe ich die Kraft als 1,2 mal 100 Newton. Ich schreibe eben, also manche würden gerne so 120 Newton hinschreiben, aber das, da weiß man ja nicht, ist es ungefähr 120 oder exakt 120. Also, ja, so dagegen. Und wenn ich die 100 jetzt mit Quadrat schreibe, dann ist es die Gleitkomma darstellt. 1,2 mal 10 Quadrat Newton. Dann habe ich hier die zwei geltenden Ziffern. Die 10 Quadrat zeigen nur an, welche Dimension, ja, dass es nicht 1,2 Newton, sondern 120 Newton sind und auch nicht 1200. Ja, und das lieben wir, weil wir können das dann schön ablesen. So, nächste, zweite Möglichkeit. Die zweite, Vorsätze für Maßeinheiten, also Dekka und Hektar ist selten, aber Kilo wird geliebt. Kilo steht für 1000, ich schreibe das als F gleich 1, nein, weniger, so, 0,012 Kilo Newton. Ja, und 0,12 mal 1000 gibt es 120 und so. Jetzt habe ich wieder genau zwei geltende Ziffern und habe es gemacht. Diese Vorsätze sind so wichtig, dass ich da so ein Quiz Academy gemacht habe zum Auswendiglernen. Einfach nur auswendiglernen, vor allem um die lesen zu können. Ja.